Warum sollte das Modell Fast-Track Gewinner des HR Innovation Awards 2017 sein? Kein anderes Modell ermöglicht den Sprung von der akademischen Bildung in die höherwertige berufliche Bildung in so kurzer Zeit. Die Teilnehmer erreichen bereits nach zweieinhalb Jahren eine technische Ausbildung als Industrietechnologe, einen Abschluss als staatlich geprüfter Techniker und sie haben bereits nach einem Jahr einen qualifizierten Arbeitsplatz in einem für sie passenden Unternehmen. Zudem sind wir davon überzeugt, dass wir mit Fast-Track den Unternehmen ein komplett neues Potenzial an Fachkräften erschließen können und zwar aus der weitgehend bisher noch ungenutzten Gruppe der Studienabbrecher.